warte ja hier das da übergebe dem ostens die spartanischen segel du findest demontes in artikel den zentrum von großartig okay das machen wir dann auch aber zuerst zuerst werden wir mal die insel da drüben anschauen ja ich war so lange hier weg fertige quest haben einfach in den haken dran wusste ich warte wo will ich da eigentlich anlegen wo will ich mich anlegen warte das habe ich schon gemacht und hier habe ich das noch nicht gemacht ich bin verwirrt hier gibt es zwei festungen festen ja lol dann gehe ich einfach mal hier macht die insel fertig habe ich die inseln einfach vertuscht floh hi floh einfach nur ich achso wahrscheinlich weil ja wer hat die inseln vertauscht ah ok gut ich hoffe das war ein granatapfel der gerade so geflatscht hat das klingt ziemlich widerlich so was ist los bei euch kommt es mich doch nicht so an da oben ist ein feuerchen das werde ich ein bisschen ich glaube ich will noch den aussichtspunkt mitnehmen und dann machen wir mal ein bisschen ramba zamba ausfall der schöne mond begrüßungs ritual abgeschlossen oder ihr beide voll cool wieso liegt er hier so ich war gerade ein bisschen zu hell beleuchtet so da unten oder da warte mal ich muss mal kurz bin ich da gerade vorbei gequakt gelatscht dann machen wir zuerst das da und dann das da was ist das na alles gut ja und bei dir alles fein bei dir was macht das lernen tschuldigung kalimachas der große betrüger ja irgendwas bei ihm muss ja groß sein tschuldigung eine truhe da ist noch irgendwas okay so mach mal normale pfeile weil die haben ja von hause aus gift jetzt bei mir ich liebe den neuen bogen der ist richtig cool den muss ich mal auftunen ich glaube den habe ich noch nicht wirklich aufgetunen den kleinen rabauken so okay mach die augen zu wieso machen die gerade gruppenkoschel da unten äh das ist nie gut äh freut mich ja hab heute lagertechnik schule kugel lager über sechs seiten war ziemlich heavy aber ansonsten ist alles top ja lagertechnik und mit drehmoment und kugel lager bla das haben wir sogar auch gemacht fragt nicht warum wir das auch gemacht haben oh du wolf du reißt mich an dann beiß ich dir aber die nase ab hm ich dachte gerade so du hast es gehört oder was ihr haben es gehört aber anscheinend nicht also sie ist sie meinten natürlich versagen da kommt jemand wo soll ich den verstecken gut da habe ich ja fast einen herzinfarkt bekommen ich mache es mal ganz ganz leise ich habe 20.000 mal auf c gedrückt 20.000 mal die blanscht hier so rum und die checken es nicht ach du willst nicht noch verquaken nein machst du nicht ja ich mache nochmal neu bitte mich doch ich habe gespeichert mann wieso hat er mich gesehen und ich konnte ihn ich konnte ihn nicht f machen egal gut da gehe ich nicht nochmal ran ich darf mich hier nicht erwischen lassen ach so du könntest halt auch mal dann ein attentat machen gut ja ja der hat sie erkannt hey bitte mich doch ich habe gespeichert ach das ist so lustig weil der geist ist so süß so süß gezeichnet alle anderen werden jetzt denken aber egal ähm fällt das aufwendig und dann plötzlich anfängt zu brennen? ich glaube nicht ich meine hier brennt so viel so 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 hm da unten sind noch zwei oh ich wollte den gerade erschießen aber ja da kommen jetzt ein paar Leute dazu ähm wie ich will eigentlich gerne ich würde eigentlich gerne das feuer zerstören also nicht dass ich erwischt werde das wäre ja lächelig aber es könnte sein dass es passiert ups da habe ich ein kleines speuerchen gemacht so der ist halt richtig äh garstig hm ähm 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 wie soll ich den denn wie soll ich den denn in die ewigen ja gründe schicken oh den könnte ich Christgott ich werde dich jetzt gleich mal töten wie finden sie das äh ich lasse es mal kurz Alter die sehen sich ja alle gegenseitig kritischer äh Schleichangriff und dann ja den werde ich mal so tun hm ähm was ist das eigentlich gerade so für eine Musik das ist ja voll die ähm äh äh gruselmusik so Geige und so den habe ich nicht äh markiert ist der neu ist der neu ja offensichtlich so okay ähm ich will kurz mal warten bis die was machen der da oben achso der hat sich gestreckt bis die ein bisschen sich äh verlaufen haben leise und gemächlich leise und gemächlich oh Gott oh ich dachte gerade der kommt ich finde so leise Alter das Schild ist ja bis ins Nirvana reingeflogen aber zum Glück finden sie es nicht seltsam ich höre keine Musik das war nicht wirklich so eine Musik das war nur manchmal so ein so ein äh ja so ein Streichquartett oder so ein Streichquartett? nein ähm so ein ja so eine komische Musik ich hoffe gerne dass ich beides jetzt auf der dritten Stufe habe und da überleben sie das war so ziemlich achso okay okay ah die überleben da nicht an sich könnte ich den jetzt wirklich töten weil ich kritisch habe aber da kommt der nächste das äh äh also das ist ein bisschen ähm finde ich ein bisschen nicht gut ähm weil ich habe ja so viel ähm Boni auf so einen Kopfschuss und äh so weiter und das wird ja nicht angezeigt und dann kritisch und so weiter das wird alles nicht angezeigt gut ähm dann lasse ich mal die da in Ruhe äh und kümmern mich mal um die da oben mhm die ist ein bisschen ein bisschen laut gerade aber egal ne egal die ist mehr 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 so okay ja cool hä ja cool soll ich es sagen das wäre halt mega lustig Alter, ich dachte, die geht jetzt einfach so chillig da durch, aber die ist da voll reingerutscht. Gut. Ja, das war das. Okay, die laufen jetzt wieder Patrouille. Das wird sehr lustig, die auseinanderzutreiben. Scheiße, da kommt jemand. Ähm, schade, da kommt jemand, meinte ich natürlich. Hä? Malaka, helft mir! Hä? Malaka, helft mir? Wieso sollte ich dir helfen? Also, ich denke doch, der meinte mich, die sagen wir mal, malaka zu. Okay, Falle, Stellen, sehr schön. Dann hin, Knie, sehr gut. Hin, Knie, check. Warte, check. So, ich gehe mal jetzt da ganz hoch. Die nerven mir, die nerven mir, die nerven mich ein bisschen. Schaut her zum Ende. Gut, Tag, der Herr. So. Und tschüssi. Dann, 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 dann. Wehe, der dreht sich jetzt um. Dann haue ich ihn aber die Schniebel. Was? Was soll ich essen? Gut. Ähm, da ist ne Straße, aber da ist ein Baum. Gut, fällt nicht auf. So, dieser kleine Spatz. Problem ist, wenn ich ihn mit dem töte, dann, der wird ja so heftig weggeschleidert. Von hier an kann ich auch kein, nee, Leuchhof kann ich nicht machen. Ja, auch ein bisschen übertrieben. Ich gebe so. Hm. Okay. Muss so sein. Muss so sein. Dann mache ich sein persönlich auch. Der ist, ach. Ähm. Ach, da ist ja schon wieder eine. Äh. Ein Dringling. Ein Dringling? Das war. Ein Dringling. Aber eigentlich auch ein Dringling. Das ist ja auch ein Dringling. nach der hat irgendwie der kommt zurück dankeschön auf wiedersehen sterben mal leiser sehr schön das war ein polymer in die hier todeskohl da kann der nächste sehr schön hat zum glück hatte der eine uns nicht sehen wohl zum polymer war der hier nicht den habe ich doch vorhin gesehen hier dann sexy ihr habt ihr das bein gesehen also der posse gerade ziemlich geil muss ich schon sagen ich spring mal auf dich nur schade die anderen waren nicht nah genug schade 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 das war gerade sehr lustig so mit dem angewinkelten bein und da kommt der nächste ach der hat mich ja vorhin gesehen ne grüßgott man sollte den eigentlich auch machen das ist doch wurscht hauptsache ich wurde nicht gewinnen so eine lapris axt das ist doch mal was hier ist ein pfeil für dich ich würde mal sagen ich lade ihn nicht auf weil von hinten kommt jemand für euch die mal außen rum und hauen dann in die pro doch nicht da hat sich ein bisschen umgedreht ja sehr schön sehr schön das war doch schön so du kommst jetzt mal da rein ich hoffe die verraten mich nicht ich glaube hierhin oh die sind schon die geile ich hoffe die verraten mich nicht ich glaube ich hierhin und duppig ich hab aus Versehen ihn K.O. gemacht bzw. ich hab ihn aufgeweckt und dann mit dem Fuß wieder runtergedrückt ja ich hab E getränkt E und F sind halt so nah zusammen also im Alphabet ja meine Güte Gute ich bin Wanddeko also ich dachte das da wär so ein Loch nach draußen aber das ist einfach das Licht von da oh Mann so komm mal mit du hast mich gefunden hast mich gefunden aber dann hast du mich ignoriert und ich mag es nicht ignoriert zu werden Scherz ich liebe es gut dann geht's mal hier weiter hier weiter und Entschuldigung ich laber gerade echt Müll also gerade da kommt der Nächste ich bin ich bin ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020